Da kann ich nur noch nicht färfen, da kann ich, oh oh, jetzt kann er eigentlich mal die coole Gitarre rausholen, eh viel cooler. Da kann ich auch noch nicht färfen. Da kann ich auch noch nicht färfen, da kann ich auch noch nicht färfen. Da kann ich auch noch nicht färfen, da kann ich auch noch nicht färfen. Da kann ich auch noch nicht färfen, da kann ich auch noch nicht färfen. Da kann ich auch noch nicht färfen. Da kann ich auch noch nicht färfen, da kann ich auch noch nicht färfen. Da kann ich auch noch nicht färfen, da kann ich auch noch nicht färfen. Da kann ich auch noch nicht färfen, da kann ich auch noch nicht färfen. Okay, we were doing this burlesque show, we were doing this burlesque show at a queer femme event, which was really, really cool, there were so many super cool acts and stuff, but then there was my friend, who calls himself a boy, at least he has a penis and a big belly, but he's a super cool guy, he came to that show, he just wanted to see it, and he was standing at the bar, drinking something, there were these girls coming up to him, like, are you here to watch a tape, like, really stupid, and he was like, no, I'm not, he just wanted to see us, you know, so, it's on both sides, actually, I think, you know, everybody should think about judging people just because they have penis, or just because, I don't know, you know, lesbians don't really look like bars all the time, or, oh, whatever, you know what I'm talking about, just because you're gay doesn't mean you wear makeup, you know, like, whatever, if there's things, these stereotypes that we have in our head, I'm just really stupid, so, shut up, I mean, let's be what we want to be, and everybody, you know what I want to say, okay, sorry, that's all, that's all I want to say. The longest drink I've ever done! Think about it! Think about it! Think about it! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020